Zwei... Ein Zauberball vom Werner Schlager beschert in den zweiten Matchball. Die zweite... Und da ist der Punkt! Werner Schlager ist Weltmeister! Unglaublich! Der Österreicher besiegt Jose-Yuk aus Korea in sechs Sätzen mit 11 zu 9, 11 zu 6, 6 zu 11, 12 zu 10, 8 zu 11 und zwar das Turnier gespielt. Stark wie noch nie! Stürzt den ehemaligen Weltmeister Wang Lijing aus China im Viertelfinale. Besiegt den Toppolympiasieger im Semifinale und es gewinnt das Finale gegen den jungen, überraschend, gut spielenden...